Wir stecken die Beinchen rein. Was für Angst sie hat. Ach, wie gut. Es ist Chlorexitidinbad, um zu desinfizieren. Bis zu den Elbogen. Ja, dieses Bad ist wichtig, auch die Elbogen zu reinigen. Lass uns mal die Flügel sehen. Alle haben die Flügel so. Alle haben etwas abbekommen, die Armen. Auch wenn man es nicht sofort sieht. Diese hat auch Prellungen. Vorher hatten sie auch Runden an den Elbbögen. Wegen allem, was sie erlitten haben. Der Zusammenstoß mit den Käfigen, auch gegen den Boden, überfüllte Käfige. Na ja, wir pflegen sie und heute beginnt alles Gute für sie. Die Kleinen an der Sonne. Ihr erstes Sonnenbad. Wir brauchen ein bisschen mehraters Mutab. Und dann. Und dann. Und da, dass wir die Flügel so wollen. 如果你 nicht wirklich drin.